Du suchst Hausmittel gegen Haarausfall? Ich stelle dir sieben Tipps vor, wie du mit der Kraft der Natur deinen Haarausfall bekämpfen und dein Haarwachstum wieder auf natürliche Art und Weise anregen kannst. Du stärkst damit zusätzlich deine Kopfhaut, beugst brüchigen Haaren vor und kräftigst dein Haar von innen heraus. Klingt gut? Dann legen wir doch gleich los. 1. Apfelessig Viele, die auf sanfte Weise ihren Haarausfall bekämpfen wollen, setzen auf eine Apfelessig-Haarspülung. Sie ist schnell zubereitet. Du benötigst nur Apfelessig und Wasser, im Verhältnis 1 zu 5. Massiere das Apfelessig-Gemisch nach dem üblichen Haarewaschen auf die Haare und in die Kopfhaut ein und spüle sie danach wieder gut aus. Die Apfelessig-Haarkur soll nicht nur vor brüchigen Haaren schützen, sondern auch verstopfte Poren reinigen und so das Haarwachstum begünstigen. 2. Melasse Zuckerrohrmelasse ist reich an Nährstoffen, welche die Haarwurzel mit wichtigen Substanzen versorgt. Und wie du aus meinen vorherigen Videos bereits weißt, ist eine gute Grundversorgung der Haarwurzel die Basis für volles und glänzendes Haar. Bereits ein Teelöffel Melasse in einer Tasse mit heißem Wasser täglich, hilft gegen Haarausfall und fördert gesundes Haarwachstum. 3. Kokosöl Auch Kokosöl gehört zu den bekannten Hausmitteln, die gegen Haarausfall wirken. Und das völlig zu Recht. Der Grund, die Laurinsäure im Kokosöl fördert die Durchblutung und verbessert so die Nährstoffversorgung der Haare von der Wurzel her. Andere Nährstoffe im Kokosöl bauen die Haarstruktur wieder auf und beheben Haarschäden. Du kannst das Kokosöl nach dem Haarewaschen ganz einfach in dein noch feuchtes Haar und auf die Kopfhaut einmassieren. Lasse das Öl am besten für eine Stunde einwirken und spüle es danach gut aus. 4. Brennnessel Ein bis zwei Esslöffel Brennnessel-Samen täglich können helfen, die Haare zu kräftigen und das Zellwachstum zu aktivieren. Das liegt an den vielen Nährstoffen, die darin enthalten sind. Dazu zählen unter anderem die Mineralstoffe Eisen und Calcium, aber auch B-Vitamine und Vitamin C. 5. Salbei und Rosmarin Salbei und Rosmarin sind zwei Kräuter, die Haarausfall vorbeugen und bestehenden Haarausfall hemmen können. Mehr noch, sie regen das Haarwachstum an, erzielen einen Antischuppeneffekt und kräftigen das Haar. Um von diesen Wirkungen profitieren zu können, gibt es spezielle Naturseifen aus Salbei und Rosmarin, die du als Shampoo nutzen kannst. Fazit Einfache Handhabung mit vielversprechender Wirkung 6. Haare kämmen Regelmäßiges Haarebürsten, richtig gemacht, kann tatsächlich auch gegen Haarausfall helfen. Richtig gemacht bedeutet, nur Haare im trockenen Zustand kämmen und am besten mit einer Naturbürste arbeiten. So beugst du Haarbruch und Haarschäden vor und verbesserst gleichzeitig die Durchblutung deiner Kopfhaut und somit auch die Nährstoffversorgung deiner Haare. 7. Kopfhautmassage Das Prinzip hinter einer Kopfhautmassage ist simpel und genial. Du aktivierst die Haarwurzel und lässt so dein Haar schneller sprießen. Die durchblutete Kopfhaut sorgt wiederum dafür, dass deine Haare rundum gut versorgt werden. Je regelmäßiger du dich also um deine Kopfhaut bemühst, umso besser die Wirkung. Weitere spannende Informationen zum Thema Haarausfall erwarten dich gleich in meinem nächsten Video. Du darfst dich auf weitere Tipps freuen, die helfen, Haarausfall entgegenzuwirken. Der Link folgt in wenigen Sekunden. Mit welchen Hausmitteln gegen Haarausfall hast du gute Erfahrungen gemacht? Sag es mir in den Kommentaren unten und teile deine Erfahrungen. Dir hat mein Video gefallen. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Du möchtest kein Video von mir mehr verpassen? Dann drücke jetzt den Abonnieren-Knopf und schon wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Viel Gesundheit! Deine Caro von Vital Schnabel chalk'n Dirk Cast Trim Band